hallo leute ich grüße euch mal wieder und zwar geht es um das thema jailbreak von ios 8 wenn ihr meine früheren videos schon geschaut habt dann wisst ihr jetzt wie der jailbreak funktioniert und wie ihr sydia installiert aber wenn ihr dann sydia zum ersten mal aufmacht werdet ihr vielleicht merken dass ihr gar keine tweaks und gar nichts installieren könnt auch die quellen sind nicht vorhanden das liegt einfach daran dass das sydia substrate noch nicht optimal funktioniert und nach jedem neustart von eurem gerät muss das iphone oder das ipad das ios gerät noch mal neu respringt werden jedoch kann man den respring nicht so einfach durchführen ohne dass man irgendwelche tweaks installiert hat aber es gibt da eine separate lösung wie ihr dieses kleine problem umgehen könnt und das will ich euch jetzt mal zeigen also ich habe hier mein iphone wir gehen erst mal in die einstellungen rein und dort gehen wir in die wlan einstellungen machen sicher dass das gerät mit dem wlan verbunden ist gehen dann hier rechts auf das kleine info symbol denn wir brauchen jetzt gleich hier die ip adresse und dann ladet ihr euch einen ssh client herunter da gibt es verschiedene ich habe mich hier für putty entschieden das habe ich hier auf windows drauf geladen und dann werde ich das programm einfach mal starten und hier oben muss ich jetzt erst einmal die ip adresse von meinem iphone eingeben damit das ganze sich dann auch verbinden kann denn mit dem ssh client werden wir dann einen befehl an unser iphone schicken dass es respringen soll also dort oben habe ich jetzt die ip adresse eingegeben und dann gehe ich hier unten auf open um die session zu starten so da kommt ein kleiner warnhinweis wir sagen einfach mal nein und dann kommt das login im login gibt ihr einfach ein root und als passwort alpine a l p i n e und schon seht ihr iphone root jetzt sind wir also quasi mit dem iphone verbunden und als nächstes müssen wir dann noch mal einen befehl eingeben und diesen befehl hat uns saurig zum glück freundlicher weise hier direkt mal ins studio reingestellt wenn ihr hier reingeht seht ihr den roten warnhinweis wir gehen auf read these details und dann scrollen wir mal etwas herunter und was wir jetzt eingeben ist hier kill all backboard hinten mit doppel d geschrieben also kill all backboard mit doppel d hinten und dann drücken wir einfach nur noch enter und ihr seht das iphone führt sofort einen respring durch und dann sollte alles gleich wieder funktionieren bis diese kleinen fehlerchen behoben sind muss man sich eben noch so behelfen da ist es schon wieder am start ich gehe mal zurück und öffne noch mal sydia neu und dann solltet ihr sehen dass dort alles funktioniert und so ist es auch man sieht ich kann hier also ganz normal in die ganzen änderungen rein gehen ich kann hier auch mir einen zb barrel gleich installieren wenn es funktioniert und so macht ihr dann sydia erst einmal gangbar ich hoffe die anleitung war für euch hilfreich leute wenn ihr den jailbreak noch nicht gemacht habt schaut mal hier unten in die video beschreibung dort habe ich die ganzen links für euch und dann viel spaß damit und bis zum nächsten mal euer mi apple cat ciao ok leute ihr wisst wie es läuft schaut mir jetzt ganz ganz tief in die augen ihr wollt alles wissen über smartphone tablets und co ihr interessiert euch für ios android und windows phone und wollt wissen wie ein jailbreak funktioniert wie ihr einen root auf android macht und was man dann mit den ganzen tollen sydia tweaks anstellen kann außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein unboxing an auch tutorials und anleitungen sind für euch interessant dann geht jetzt zu youtube und abonniert miappercat die katze hat gesprochen miappercat auch bei facebook twitter und google plus und bei www.miappercat.gymdo.com wir sehen uns